Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Julia Dusold und ich bin hier auf dem 14. deutschen Maschinenbaugipfel in Berlin. Bei mir sind Jéroun Bühring und Dieter Friedrich-Sauer, sie sind für den Partnervertrieb bei das SolSystem zuständig. Wir sprechen heute über das Industrial Metaverse. Bisher hat sich die Digitalisierung viel um den digitalen Zwilling gedreht, jetzt gibt es dieses neue große Ding, das Metaverse. Worin unterscheiden sich denn dieser digitale Zwilling und das Metaverse? Ja, also vielen Dank erstmal für die Gelegenheit hier dieses Interview zu geben. Also ich glaube der digitale Zwilling und das Metaverse bauen ja praktisch aufeinander auf. Ohne digitale Zwillinge, kein Metaverse und in der Kombination der digitalen Zwillinge und der Abbildung in einer virtuellen Realität sozusagen ergibt sich eigentlich schon ein Stück weit das Metaverse. So würde ich es vereinfachend mal betrachten. Wie siehst du das Jéroun? Ja, also von meiner Seite aus, man kann ein bisschen den Unterschied in der virtuellen Zwilling. Erstellt man im Prinzip auch die komplette Daten, die nachher zusammenkommen in eine Metaverse, wo es dann erlebbar wird für mehrere Menschen. Und ein virtueller Zwilling hat einfach noch viel mehr Möglichkeiten von simulieren, von kreieren, von anpassen und Änderung. Und wenn man in der Metaverse drin ist, ist eigentlich ein Gegegnet, da wird ja nicht mehr modifiziert, da wird interagiert mit dem Metaverse, aber nicht produziert oder nicht kreiert. Und ich denke, der virtuelle Zwilling ist ein lebendiges Ding, was sich ändert und was dann am Endeffekt in der Metaverse landet. Aus meiner Sicht. Aber eine gute Erklärung auf jeden Fall. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass dieses Thema Einzug halten wird in den Unternehmen, müssen die sich ja auch ein bisschen darauf einstellen können, welche Skills werden in den Unternehmen benötigt werden in Zukunft, um das Industrial Metaverse einzuführen und ordentlich zu nutzen. Das ist eine sehr gute, nicht so ganz einfache Frage, wo man sich darüber nachdenken muss. Aber ich denke, einerseits ist aus meiner Sicht ein gewisser Mut, digital zu werden. Einen Skill, die notwendig ist, digital denken, was nicht jede vorhanden ist. Also die meisten Maschinenbauer produzieren immer noch mit schönen digitalen, nicht digitalen Zeichnungen, Papier in der Fertigung. Und da ist ein Umdenken notwendig, was einen gewissen Mut erfordert. Und diesen Skill auch dort, wir haben vorher, glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen, dass die Menschen auch dieses Denken ändern müssen, wie sie damit umgehen, mit digitalen Welten oder so weiter. Ich glaube, die einfache Antwort wäre wahrscheinlich, was vielleicht viele erwarten, zu sagen, wir brauchen mehr Informatiker. Wir brauchen mehr Menschen, die im Prinzip programmieren können. Die braucht man sicherlich auch, aber entscheidendlos sicherlich nicht. Es ist die Bereitschaft, die Dinge zu verändern, das ganze Change-Management, was dahinter steht. Und da diese Dinge zumindest abteilungsübergreifend auch laufen müssen, wenn nicht sogar unternehmensübergreifend, braucht man auch dafür entsprechende Leute, die sich um diese Sachen kümmern und diese verschiedenen Welten miteinander zusammenbringen. Das soll ein Stück weit auch die Erfahrung aus den konkreten Projekten, die wir gemacht haben. Und da erfordert man, dass man auch die Historie ein bisschen ablegt. Also eine 15-jährige Tochter von mir hat viel mehr Ahnung über die digitale Welt, weil die interagiert damit, wie jemand, die 22 Jahre, soll man sagen, in der Firma immer den Prozess nach A, B, C gemacht hat und plötzlich jetzt eine Metaverse vor der Nase kriegt. Für den vielleicht auch der digitale Zwilling schon neu war. Und komplett neu ist. Und dann ist das natürlich ein Riesenschritt. Und das meine ich mit dieses Digitaldenken, wo wir was lernen können von den Jüngeren, ist aber nicht ein älteres Thema. Es ist ein Mindset-Thema aus meiner Sicht. Und das ist der Skill, den man mitnehmen muss. Der Mut, da einen anderen Weg gehen zu können. Ja, diese Mindset-Veränderung ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch eine Rolle spielen wird, dass das in Zukunft auch greifen wird, das Thema, und auch schnell umgesetzt wird. Was glauben Sie denn, wann ist dieses Thema Industrial Metaverse denn reif für die Masse? Also momentan sind es ja Pilotprojekte hauptsächlich. Ich glaube, in einzelnen Bereichen tun viele Unternehmen schon die Dinge ein Stück weit. Es ist ja ein sehr datenbetriebenes Thema. Das heißt, die Daten anzupacken, insbesondere die historischen Daten, ist ja etwas, was wir in den meisten Projekten als Hauptherausforderung vorsehen. Und dann letztendlich, wenn die Daten in einer homogeneren Datenbank vorhanden sind, dann die Verknüpfungen und so weiter zu erstellen. Das ist eigentlich die Haupthürde, mit denen viele Unternehmen schon zu kämpfen haben. Denn diese Datenbestände haben sich ja über Jahrzehnte ein Stück weit auch aufgebaut. Und dieser Schritt ist oft halt sehr schmerzhaft. Und ich denke, von einzelnen Leuchtturmprojekten mal abgesehen, dann steckt das Thema noch relativ am Anfang. Aber bei den Unternehmen, die diesen Schritt strategisch schon angehen, merkt man auch, dass sie diese Nutzenvorteile auch klar im Grund haben und das Ganze dann sich auch kapitalisieren und auszahlen wird. Aber ich würde sagen, fünf Jahre Minimum, um mal wirklich einfach mal eine Zahl rauszuhauen. Also es gab eine super Untersuchung da, auch von der Telekom mal, die sie jedes Jahr machen, also unter ihren Kundenkreisen. Die meisten Digitalisierungsprojekte scheitern, weil sie nur Pilotprojekte machen. Und wenn man sich überlegt, wenn eine Firma eine virtuelle Zwilling von seiner Produktpalette macht, dann beinhaltet es alles. Alles. Sprich, alle Abteilungen von Entwicklung zu Fertigung, zu Manufacturing, zu Vertrieb. Wie mache ich Vertrieb anders? Wie setze ich ein anderes Geschäftsmodell auf? Eine Maschine mieten statt verkaufen. Dadurch einen kontinuierlichen Umsatz zu haben. Dieser Gedanke muss eigentlich von Top-Down oder von einer Leitfigur gemacht werden. Und meistens machen sie Pilotprojection. Sehen dann mal erfolgreich, aber haben dann nicht den Mut zu sagen, ich nehme jetzt alle mit. Und das ist, warum es noch nicht in der Masse ist. Wird aber langsam kommen, getrieben von Start-ups, die wir auch hier dabei haben auf dem Maschinenbau-Gipfel, die einfach schon mal zeigen, die haben ja die Barriere nicht, die haben diese Bremse nicht. Die sind klein, die können agil viel schneller sagen, ich mache diese komplette Themen auf der digitalen Seite. Und ich glaube, da kann man auch wirklich sehr schnell aufs falsche Pferd steigen, wenn man früher, war früher, das ist nicht so lange her, haben wirklich Unternehmen dann quasi innovative Start-up-Firmen gegründet. Also große Industrieunternehmen, die dann kleine Start-up-Strukturen gebildet haben. Und damit hat man da eigentlich genau den falschen Weg eingeschlagen. Letztendlich muss man ja das Unternehmen transformieren und nicht ein kleines Start-up gründen und sich dann darüber freuen, dass man so schön digital ist, wenn trotzdem 95 Prozent des Unternehmens immer noch in der etwas, in Anführungszeichen, alten Welt verarbeitet ist. Dann hoffen wir mal, dass die großen Unternehmen den Mut haben werden, in den nächsten fünf Jahren auch viele Anwendungen zu finden, um das Metaverse zu nutzen. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen und haben Sie Mut.